Ich stelle eine Warnung, dieses Video stammt vom einzigen originalen Instagram-Account unterstrich happy unterstrich hamburg unterstrich. Alle anderen Profile auf Instagram sind fake. Auf TikTok habe ich keinen Account mehr momentan, den habe ich deaktiviert. Also wenn du diese Story dir gerade ansiehst, auf TikTok, dann schaust du dir einen Fake-Account an. Um das jetzt nochmal klar zu sagen, in meiner Story habe ich das gerade schon gesagt und auch erwähnt mehrmals meinen originalen Instagram-Namen unterstrich happy unterstrich hamburg unterstrich. Aber die Leute verstehen es immer noch nicht auf TikTok. Die wünschen dem Fake-Profil, die dieses Video klauen, viel Glück, um die Fake-Profile zu zerstören. Leute, was läuft denn? Also mehr kann ich nicht tun, außer euch wahren und Hilfsmittel an die Hand zu geben. Auf der Anzeige-Seite, Anzeigename kann man sich unterstrich happy unterstrich hamburg unterstrich eingeben. Aber schaut mal aufs Profil, da seht ihr den echten Username und das ist alles Fake. In diesem Sinne, passt auf euch auf, ich bin erstmal mit dem Thema Fakes durch. Happy Day! Happy Day! Happy Day! Happy Day!